Hallo und herzlich willkommen nochmal zu einem kurzen Video von mir. Hier seht ihr jetzt nun alle Fanboxen von Nicole im Überblick und ja, meine Frage an euch ist, welche Fanbox gefällt euch am besten? Vielleicht auch so vom Inhalt. Also ich muss sagen, der Inhalt von Das ist mein Weg, also da ganz hinten die Fanbox, in der Mitte mit der Unterschrift, die gefällt mir am besten einfach wegen dem Schlüsselband und den Armbändern und dem Tuch und so, da finde ich, da hat man sich so am meisten mit Mühe gegeben. Auch die DVD finde ich sehr schön, dass alle Songs so weit verfilmt worden sind. Und am zweitbesten vom Inhalt gefällt mir die zwölf Punkte, also die daneben, die linke, einfach auch wegen den Untersetzern und dem Öffner, also diesen Gitarrenöffner fand ich sehr originell cool mit der Unterschrift drauf und so. Also ja, das sind so meine Favoriteboxen. Ihr könnt mir ja mal erklären oder nicht erklären, sondern erzählen vielmehr, welche ihr am besten findet und ja, was ihr euch in einer Fanbox sonst auch noch so vorstellen könntet, was da drin sein könnte. Ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder mit diesem kurzen Video von euch. Wenn ihr die anderen Videos zu den Fanboxen noch nicht gesehen habt, dann geht mal auf meinen YouTube-Kanal und schaut sie euch an. Mal schauen, ob ich mir die Mühe mache, euch die Videos in der Infobox zu verlinken. Und ja, falls ich es nicht tun sollte, dann schaut euch um und guckt euch die anderen Videos an oder keine Ahnung. Am besten ist natürlich, kauft euch die Fanboxen, solange sie, falls sie noch vorrätig sind oder kauft euch die Alben-DVDs und wie auch immer und habt viel Spaß damit. Und ja, jetzt sage ich wirklich Tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!